Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner mengt sich jetzt in die Debatte um die Impfzögerlichkeit von Tennisspieler Dominik Thiem ein. In einem Tweet lädt die Medizinerin den vormaligen US-Open-Sieger zu einem Impfgespräch ein. Denn zur Impfung muss man überzeugt werden, nicht gezwungen, so Rendi-Wagner in Richtung von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, der Thiem kürzlich aufgefordert hat, nicht auf einen Totimpfstoff zu warten. Impfen ist wichtig. Aber Nicht-Geimpfte persönlich unter Druck zu setzen, ist der falsche Weg, glaubt Rendi-Wagner. Mückstein hatte am Vortag gemeint, der Totimpfstoff käme nicht vor kommendem Jahr und biete keine Vorteile gegenüber den bereits jetzt erhältlichen Vakzinen. Also es ist nicht sicher, dass der Impfstoff, der im ersten Quartal 2022 kommen wird, der Totimpfstoff, irgendwelche Vorteile gegenüber dem mRNA-Impfstoff hat. Thiem hatte eine Präferenz für diese Art von Impfstoff geäußert, aber auch gemeint gegebenenfalls, sich mit einem anderen Vakzin immunisieren zu lassen, damit er an den Australian Open teilnehmen kann, die nur für geimpfte Spieler offen stehen. Das ist nicht so, dass der Pfad 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 der Pf